Hallo liebe Modellbau-Freunde. Hier ist wieder euer CRC. Heute mit einem etwas kürzeren Video. Ich war hier mit dem TX4 G500 im Wald. Nächste Woche geht es weiter mit dem Projekt Ford F350 Highlift. Und nun viel Spaß beim Zuschauen. Wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich über ein Abo des Kanals und einen Daumen hoch freuen. Euer CRC Hier sind die Videos sharange. Ich brauche einen Daumen hoch und ga Knowledge. Soll ich mein Dichtum aufs. Lass uns das dann mal. Dann kommen die Videos hin. Was wissen Sie, dass sie den Daumen hoch können? Soll ich den Daumen hoch. Soll ich den Daumen hoch und dann gleich. Soll ich die Fehler. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.